Hallöchen, ich bin's Mio und ihr seht eine weitere Folge Beyond Good & Evil. Es hat eine Weile gedauert, bis jetzt die neue Folge rauskommt, da ich ja meinen Channel geschlossen hab und jetzt auf Ostras Channel eine Playlist hab für Beyond, um das weiterzumachen und zu beenden. So, wir waren stehen geblieben. Nochmal kurz schauen, ich glaub, Schlachthäuser, genau. Wir müssen finden Beweise für den Menschenhandel bei den Schlachthäusern. Also, auf geht's. Double H ist immer noch unser Begleiter, da Paige ja entführt wurde. Die sind eindeutig dagegen. So. Ich wollt schon sagen, irgendwie konnte ich schneller laufen, aber gerade ging das nicht. Ich weiß auch nicht. Fragt mich nicht. So. Hauptkanal. Rennen. Basis. Nichts, nichts. Fußgängerzone. Schwarze Insel. Rennen. Rennen, Rennen. Vielleicht sollten wir erstmal in die Basis fahren. Eventuell. Ja, wir fahren einfach mal jetzt hier lang. Und ich sollte mal hier ein bisschen reparieren. Ah, ich hab das noch nie beobachtet, wie der das referiert. Cool. Ja, ich bin ein bisschen, äh, ich wollt grad sagen, zurückgeblieben. Ups. Da waren wir drin, das ist die Fabrik, da ist die schwarze Insel. So, aber es gibt's ja nicht. Mama Go, Schlachthausrennen. Doch, da rein zu den Schlachthäusern, oder sollte ich erst zu Mama Go? Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwie, hier können wir nur das benutzen. Zum Reparieren haben wir also nichts mehr. Aber ich dachte immer, das da ist das Schlacht. Schwarze Insel. Da kommt die Fabrik. Ja, dann fahren wir doch wieder hier rein. Ups. Auf geht's. Ich verschwende immer nur Zeit, ich weiß. Rechts vor links, oder was hier? Okay. Huh. Hillis. So, da müsste doch das Schlachthaus sein. Und wehe, sie versperren mir den Weg, da hab ich überhaupt keine Lust drauf. Ganz ehrlich, das sieht so zu aus. Warte, ich komm da rein. Das ist zu. Äh. Ja, schön. Da kommt ein kleiner Dampfer. Ihr wollt mich doch verarschen. Einmal die Karte angucken. So. Der ist komplett gesperrt. Hammer. Wie muss ich denn da jetzt hinfahren? Kann mir das mal einer sagen? Ich muss da hin, zu dem Eingang. Hier komm ich nicht weiter, da komm ich nicht weiter. Ja, aber da komm ich doch gar nicht durch. Wie soll ich da denn jetzt hinkommen? Von die Verarsche? Hallo? Okay, wie wär's? Wir probieren es. Wir haben gesehen, hier ist überall zu. Und wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Schön. Hier ist noch etwas, wo wir reinfahren können. Bestimmt wieder so eine Banditenhöhle. Autsch. Crash. Worax-Höhle. Die beklauen mich bestimmt wieder. Nein? Einfach mal angucken. Auf jeden Fall gibt's hier komische Viecher. Bufo Erectus. Ja. Das klingt immer noch etwas. Ach ja, wir haben auch nicht mehr so viele Einheiten. Hups. So. Einmal hier öffnen. Sieht doch nett aus. PB. für uns. Oder Double H. Nee, komm. Für uns. Der ist eindeutig für uns. Was haben wir hier? Boost. Und da. Nochmal ein Boost. Hier kann ich nur speichern. Mach mal deine Aktion da. Wow. Okay. Gehen wir nicht ins Schlachthaus, laufen wir hier lang. Ein Perlenkrochax, direkt voraus. Er zieht sich zurück. Wollte ich mich verarschen, wer zieht sich zurück? Hm. Ach du Scheiße. Attacke! Pouch. Einfach mal erledigen. Runterschubsen und... Warte auf Befehle, Miss Jane. Gegenhauen? Hallo? Irgendwie... Ich glaube, es hakt. Muss ich was Besonderes mit ihm machen? Hallo? Ich glaube, es hakt. Was ist das denn hier? Vielleicht muss ich die ja irgendwo gegenschubsen. Keine Ahnung. Der flog weit weg. Immer drauf rauen bringt auch nichts. Hier kann ich einfach nur das hier machen. Ich weiß nicht warum. Ah, okay. Ich musste den dagegen hauen. Ich verstehe. Wir wollen Double H nicht hier hinten zurücklassen. Ah, ich weiß nicht, ob der Kampf jemals ein Ende hat sonst. Ja, Sir. Er hängt hier fest. So. Der hängt auch irgendwie fest. Keine Ahnung, der ist Buggy. Ich weiß nicht, sind die alle Buggy? Ja, Sir. Da gegen hauen. Den... Da gegen hauen. Ich weiß nicht, wo gegen noch jemanden zu hauen ist. Was ist mit dem Mistkerl hier? Hallo. Krieg dich mal. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Der hängt hier fest. Ja, mir geht's gut. Wir gehen hier jetzt einfach rüber. Ich hab da keinen Bock drauf. So. Einfach hier kämpfen. Ich will mal wissen, was das hier ist. Ja, Sir. Nicht dagegen hauen. Ich merke das doch. Es geht wieder los. Hier, dass ich wieder gucken muss, wo was hingehört. Einmal dagegen. Hallo. Dagegen hauen. Und sonst? Krieg ich das runter? Hallo? Macht das runter? Okay, der macht das doch. Nur später. Vielleicht auch zweimal drauf hauen. Oder am richtigen Winkel treffen. Das war nicht der richtige Winkel, Mio. Hm. Ich weiß es noch nicht. Wir gehen erstmal hier lang. Yay. Dass das auch hier rüber spurt, finde ich auch ganz geil. So. Ja, aber Double H, wir müssen das da aufbekommen. Geht doch. Also in die Mitte von dem scheiß Ding da. Das erstmal kaputt schlagen hier, damit wir mehr Einheiten kriegen. Ich weiß echt nicht, wo wir hier gelandet sind. Keine Ahnung. Aber wir machen es einfach mal mit. Verdammt. Scheiße, ey. Diese Viecher habe ich noch nie gemocht. Ich glaube, das weiß man auch, aber ganz ehrlich, hat Double H überhaupt gesagt, dass er Hilfe braucht? Hat er? Hat er nicht? Ach, das muss ich auch durch das aufkriegen. Okidoki. Lauf, Jade, lauf. So. Bam. So, geschafft. Das ist beim ersten Mal. Das ist ja erstaunlich. Kriegt man hier vielleicht wieder eine Perle? Ich finde es ja schön, dass sie selber rüber springt. Ich habe immer Angst, ich treffe ihn nicht. Stimmt, der hat eine Perle. Lass deine dumme Perle fallen. Ja. Gut. Ich habe eine Perle. Aus so einer Höhle. Schön. So. Das war es auch hier. Okay, das war einfach eine Höhle. Schön mal angesehen zu haben. Okay, da kann ich noch ein paar Einheiten holen. So, schnell rübergeruscht und dann mal schauen, wie wir in die Schlachthäuser kommen. Ich weiß nicht, ob ich das diese Folge schaffe. Ist nicht schön, aber... So. Einheiten auch geholt. Aber wenn ich nicht weiß, wie ich da hinkomme, muss ich erst mal schauen, wie ich da hinkomme. Oh, ich ignoriere. Ich einfach. Komm einfach mit Double H. Diese ecklinge Frische, kann ich die auch erledigen? Nö. Also, sie tun nichts. So. Hier ist auch ein Speicherding. Ich will aber noch nicht speichern. Oder will ich schon speichern? Nein. So. Und raus hier. So. Auf was sollte ich schießen wollen? Ich weiß auch nicht. Okay, hier war die Höhle. Da komme ich nicht rein. Das haben wir schon rausgekriegt. Oder? War das da, wo ich nicht rein kam? Schlachthausrennen. Das ist alles nicht so geil hier. Was ist das denn hier? Basis? Das ist meine Basis. Ach ja, genau. Stimmt. Ups. Hm. Irgendwie muss ich da aber reinkommen. Hallo. Hallo. Stadt. Anago-Werkstatt. Das gibt's doch nicht. Hier ist wieder so Sand. Wuhu. Ach, da war ich gerade dran. Ah, witzig. Witzig. Nein, jetzt fahr doch nicht in die Richtung. Ich hab ne Orientierung, ne? Also da sagt man Frauen und Karten lesen. Ähm. Ganz ehrlich, ich will nicht sagen, dass das stimmt, aber auf mich trifft das zu. Für mich stimmt das. Ich weiß nicht, auf wen ich hier schießen soll. So. Also, ich fahr zurück in die Stadt. Haben wir hier lang geschaut? Ich glaub, bei mir lädt das gar nicht so nach, wie es soll. Ach, hier auf die Dinger könnte ich schießen. So, da ist die Stadt. Wir können auch nochmal da langfahren. Ähm. Das Problem ist, vielleicht sollte ich auch einfach mit jemandem wieder reden. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Schwarz Insel. So, der Kompass sagt, Schlachthausrennen. Da, hier, schwarze Insel. Böse, böse. Ich nicht machen, gut. Ähm. Nein, also hier ist auch falsch. Ich werde einfach in die Stadt gehen und mit jemandem sprechen und dann, ähm. Hoffe ich, ich finde irgendwas raus, weil so klappt es auf jeden Fall nicht. Wie ich mir das vorgestellt hab. So, Fußgängerzone. Einfach mal zu Double Age umdrehen. Brauchst du Energie? Nein. Bestätigt. Was war denn das nochmal? Geheimweg Strecke 3. Rennen. Heißt das, ich muss ein Rennen laufen, um da... Also, ein Rennen fahren, nicht laufen. Hilianer steht auf! Hilis ist in Gefahr! Hilianer steht auf! Hilis ist in Gefahr! Okay. Ja, ich weiß, dass ich vorsichtig sein sollte. Kommst raus, Alpha! Ich rede nochmal mit den Leuten hier in der Kuda-Bar, wo ich gerade schon war. Vielleicht wissen sie noch was. Ist der Schlachthausbezirk von der Alpha-Abteilung abgeriegelt? Pum, pum, pum. Es gab eine geheime Passage dorthin, von der dritten Strecke der Hovercraft-Meisterschaft. Man weiß ja nie, vielleicht gibt es sie noch, aber sei vorsichtig, Jetty werden von Sekunde zu Sekunde nervöser. So, ich glaube, den habe ich gefunden. Den Schatz. Vielleicht wissen sie noch was. Nee. Das wissen sie also nicht. Rennen 1, Rennen 2. Das ist aber komisch. Es gibt ja immer Rennen 1, Rennen 2. Bin ich zu blöd? Eindeutig. Da waren wir... Waren wir da jetzt schon drin? Auch Alpha-Abteilungspartier. Ich glaube, wir haben einen Weg hineingefunden, Miss Jade. Helfen wir mal mit. 2, 3, schieben. Grundübungen, Seite 2. Nein, es bewegt sich keinen Millimeter mehr. Vielleicht habe ich das ja auch in die falsche Richtung geschoben. Der Bezirk ist von der Alpha-Abteilung abgeriegelt. Vorsicht! Ja gut, also gibt es heute nicht Schlachthaus, sondern... Ihr wisst schon. Wie ihr sehen könnt... Ach du Scheiße. Oh Gott, okay. Lauf! Die will einfach nicht laufen. Wir essen mal. Hier ist wieder so ein Laser-Ding. Wenn ich wüsste, wo lang es ginge. Lass mal los! Jade! Ah, okay. Ducken. Verdammt! Hier hinterbleiben. Okay, jetzt kommt das wieder. Nein! Komm schon, lauf einfach durch. Ist mir egal. Okay. Okay. Was ist das bloß hier? Was ist das bloß hier? Ganz vorsichtig. Okay. Kann ich hier runter? Ja. Ach du Schande, ey. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Komm schon, 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 es frisst mich auf. Bitte, 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 bitte. Oh. Es frisst mich auf. Es war Angst hier. Okay, das war dumm von mir, ähm. Nein. Wo bin ich? Nein, ich muss das Ganze nochmal machen. Das ist doch dumm. Okay. Eins, zwei, drei. Und das, wenn es hinten ist. So. Läuft doch schon besser hier. Geh runter. Okay, das ist mal ein schwierigster Weg. Hey, steh doch dahinter. Hör auf damit. Nein, nur noch ein Herz. Schnell was essen. Da war es doch. Nein, essen. Okay, jetzt können wir auch wieder Leben riskieren. Auf damit. Okay. Anstrengend. Spring einfach drunter. Runter, meine ich. Nicht drunter. So. Das war ja nicht so schwer. Einfach durchgehen. So, dann hier runter. Dann hier schnell lang. Wenn mich das Scheißding verfolgt. Hallo, 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 hallo. Angst haben, Panik haben. Warten, 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 warten. Oh Gott, das ist aber genau ausgerechnet. Das sage ich euch. So, passt aber diesmal besser. Ich weiß einfach nicht, was ich hier mache. Okay. Ich muss das Ding einfach verfolgen. Ah, das fliegt also auch über mich rüber. Wow, 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 wow. Hier sterbe ich, hier sterbe ich, hier sterbe ich, hier sterbe ich nicht. Oh Gott. Oh mein Gott. Was passiert da unten jetzt mit mir, wenn ich da lang? Ach du Scheiße. Das ist nicht cool, Leute. Überhaupt nicht. Wo bin ich hier oben drauf? Was ist das hier? Okay. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Überhaupt nicht wahr. Genau, ihr kommt hier nämlich nicht hin. Mach mal. Zone gesäubert. Ja, gut. Wie mache ich den kalt, ohne dass der mich sieht? Scheiße. Ach nö. Komm schon. Komm schon. Er bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Zone gesäubert. Okay. 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 Okay, das klappt nicht. Also das muss ich rausfinden. Ich sag nur, wir sehen uns in der nächsten Folge Beyond Good and Evil. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir nicht in dem Schlachthaus waren. Ich hoffe, ich finde das noch raus. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao. 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 Ciao.